Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Make-A-Mauts und heute nähen wir zusammen diesen schönen Topflappen. Wenn ihr lieber so einen runden Topflappen haben wollt, dann schaut doch mal auf meine Webseite. Dort findet ihr das Schnittmuster und die Anleitung dazu. Make-A-Mauts Sewing – Nähen mit der Mauts Topflappen sind in jeder Küche unentbehrlich, um seine Finger zu schützen. Die kleinen Helfer sind schnell und einfach genäht und eine wunderbare Geschenkidee. Das Quilting sorgt für eine bessere Haltbarkeit und Griffigkeit. Ganz wichtig dabei ist, dass du Stoffe aus 100% Baumwolle verwendest. Dank der Aufhängeschleife ist der Topflappen schnell aufgehängt. Ihr braucht zwei Stoffquadrate in der Größe von 20 x 20 cm aus 100% Baumwolle und ein Thermoflies ebenfalls 20 x 20 cm. Wenn ihr empfindlich gegen Wärme seid, könnt ihr auch zwei Lagen verwenden, wie ich es hier in diesem Video mache. Zudem braucht ihr noch Schrägband. Da unser Quadrat 20 cm breit ist, braucht ihr ca. 1 m. Liege die drei bzw. vier Teile aufeinander. Das Thermoflies ist dabei in der Mitte. Die rechten Seiten der Stoffe liegen außen. Steckt die Teile mit Stecknadeln fest. Wenn euer Zuschnitt nicht ganz bündig ist, macht das nichts, da wir diesen später begradigen können. Damit die Stofflagen zusammenhalten, steppen wir sie mit einem Rautenmuster fest. Dazu zeichnet ihr euch von einer Ecke zur anderen einen Strich und auf der anderen Seite genauso. Von dieser Linie zeichnet ihr euch immer im gleichen Abstand Linien. Da mein Muster aber hier so eindeutige Linien hat, spare ich mir das Einzeichnen. Dann steppe ich Linie für Linie die Stofflagen aufeinander. Wenn ihr alle genäht habt, begradigen wir noch die Enden mit der Schneiderschere. Im nächsten Schritt nähen wir das Schrägband an. Dazu faltest du das Schrägband auseinander und steckst es mit der rechten Seite bündig an eine Kante. Für ein 1 cm breites Schrägband markieren wir uns die Ecke bei 1 cm und nähen bis dorthin. Faltet das Schrägband im 45 Grad Winkel zu der Ecke, die ihr gerade genäht habt, sodass das Schrägband nun über die Kante hinaus zeigt. Im rechten Winkel zur nächsten Seite biegst du das Schrägband entlang dieser Kante, die du als nächstes einfassen willst. Dort markierst du dir die Ecke wieder bei 1 cm von beiden Ecken. Stecke dir die Seite fest und nähe wieder bis 1 cm bis zur nächsten Ecke. Das machst du mit den anderen beiden Seiten genauso. Beim Annähen solltest du außerhalb vom Schrägbandknick Richtung Rand nähen. An der letzten Seite nähst du genau bis zur ersten Naht. Dann drehst du den Topflappen um und steckst ihn fest. Reicht das Schrägband nicht über die erste Naht, könnt ihr die Kanten etwas kürzen. Eine ausführliche Beschreibung findet ihr in meinem Schrägband annähen Video, das ich euch in die Beschreibung verlinke. An der Ecke steckt ihr erst die eine, dann die andere Ecke um. So entsteht eine schöne Briefecke. Am Ende angekommen, formen wir uns die Schlaufe, indem wir erst das Schrägband mittig biegen und das Ende einschlagen. Dann steppen wir das Schrägband knappkantig ab. Wir biegen uns die Schlaufe zurecht und nähen diese noch an. Und fertig ist unser Topflappen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine Nähvideos mehr zu verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.